Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur zweiten Folge von Inside Parliament, ein Format, was Sie sich mit Beginn Ihrer Landtagszugehörigkeit ausgedacht und gleich direkt umgesetzt haben. Jetzt sind wir fast einen Monat schon mit Ihnen als Landtag hier unterwegs, als Landtag, als Landtagsabgeordneter. Wie geht es Ihnen jetzt? War ein straffes Programm bisher, weil wir haben jetzt schon die zweite Sendung im Monat. Vielleicht gleich einen Hinweis, weil ganz oft darauf hingewiesen wurde. Das heißt natürlich Inside Parliament wird es geschrieben. Wird es geschrieben, aber nicht gesprochen. Aber das I spricht man nicht. Also Inside Parliament. Wir haben da keinen Schreibfehler dort in der Mitte. Schreibfehler, perfekt. Genau, ist alles richtig. Aber ich bin da mehrfach angesprochen worden. Danke nochmal. Also erstes wichtiges Thema in diesem Monat. Wie geht es Ihnen sonst? Dadurch, dass ich nur ganz allein bin und ist man natürlich im Landtagsjahr mit diesen ganzen Formalitäten beschäftigt, das ist interessant. Es gibt dort eine sehr rührige, wirklich Verwaltung, die auch sehr nett sind. Und jetzt muss man sich in diese ganzen Systeme rein dort erleben. Also E-Mail-Ablehs, abrufen, die ganzen Zugänge, wenn man dort Anträge stellen möchte für die Debatten und so weiter. Das ist relativ formalistisch, muss ja auch so sein. Dann ist es auch sicherheitsrelevant. Und das ist schon eine Herausforderung. Aber das klappt, denke ich, jetzt nach und nach. Die sind, wie gesagt, sehr hilfsbereit. Ich bin jetzt dabei, mir ein Team zusammenzubauen. Ich kriege ja als Abgeordneter so ein gewisses Quorum an Geld. Und da bin ich dabei, jetzt ein paar Leute einzustellen. Das ist jetzt nicht riesig, aber ich brauche auch ein paar Leute, die das unterstützen, soziale Netzwerke, die Büroarbeit machen. Und ich habe dann im Landtag ein kleines Büro. Das ist aber recht ordentlich. Und dann bin ich jetzt gerade auf der Suche oder habe das schon entschieden. Ich werde in Grimma ab dem 1.12. ein kleines Landtagsbüro haben. Das nimmt mir die Frage vorweg, wann Sie denn Ihr Büro hier eröffnen. Und wir wollen das übrigens, das Besondere, ich will das so aufbauen. Vielleicht, das war auch die Idee, wir schreiben gleich drüber so Berger-Bürger-Kaffee, so als Spaß, so ein Wortspiel. Und wir wollen dann eigentlich dort ein kleines Büro haben, damit so das tagtäglich erledigt werden kann. Aber es wird eben dort einen Raum geben, den will ich einrichten wie so ein kleines Café, dass die Leute wirklich locker reingehen können. Also lasst euch überraschen. Da wird dann gleich während des Weihnachtsmarktes einiges los sein bei Ihnen im Büro. Formal werden wir versuchen, ab 1.12. das zu eröffnen. Wahrscheinlich wird die richtige Einweihung dann Anfang Januar sein, weil dann müssen noch ein paar Dinge gemacht werden. Aber ich bin dann wirklich hier am Markt vor Ort. Das wird dort sein, neben Weinkürbchen, links daneben. Und das ist schon relativ sicher. Also alles wird ganz spannend. Also es gibt schon viele Personalgespräche, Personalentscheidungen, was so in dem ersten Monat ansteht. Jetzt gab es zuletzt auch einen Sonderlandtag, weil ja auch Sondierungsgespräche stattfinden. Wie haben Sie diesen wahrgenommen? Das Format soll ja auch Einblicke geben in die Landtagsarbeit und dann haben wir hier einen Ansprechpartner dafür. Okay. Es reicht die Zeit gar nicht, um alles zu beschreiben, was dort passiert. Also vielleicht mal nach zwei Landtagen, denen ich quasi beiwohnen durfte, ist das Fazit schon nicht ernüchternd. Das ist nicht anders zu erwarten gewesen. Es läuft eigentlich so ab, dass zum Schluss trifft man sich. Dann werden dort, jede Fraktion hält dann im Prinzip, liest dann dort eine Rede vor. Und dann wird abgestimmt und das steht eigentlich fast schon vorher fest. Also der ursprüngliche Sinn einer Debatte eines Parlamentes, das heißt ja eigentlich debattieren, miteinander reden, der ist schon längst verfehlt. Also wer glaubt, die Abgeordneten stellen sich dorthin, in der Hoffnung, dass sie mit ihrer Rede, die AfD oder die Linken oder die Grünen oder die CDU, dass die sich gegenseitig überzeugen. Das kannst du vergessen. Das steht von vornherein fest. Das ist leider so. Das war hier auf kommunaler Ebene ganz anders. Da hat man wirklich die Chance gehabt, Leute vielleicht zu überzeugen. Wir hatten ja, denke ich, auch ein vernünftiges Miteinander da. Das ist dort anders. Das ist eben Parteipolitik. Und als jetzt dieser Sonderlandtag war, am Freitag letzter Woche, das war schon in mancherlei Hinsicht was ganz Besonderes. Und zwar war es ja so, ich will das jetzt nicht ewig ausdehnen, die AfD hat in ihrer Rolle als Opposition natürlich jetzt die Regierung angegriffen und hat gesagt, wir möchten jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und da muss man wissen, ein Untersuchungsausschuss ist etwas anderes als eine Enquete-Kommission. Eine Enquete-Kommission, das ist das stumpfere, das ist eher so Workshop, wir reden alle miteinander und versuchen es besser zu machen. Ein Untersuchungsausschuss ist quasi wie ein Strafverfahren. Ich will es mal so vergleichen. Das heißt, es wird richtig, es wird ein Ausschuss eingesetzt, der hat dieselben Rechte wie ein Gericht, also mit Zeugenvorladung, Vereidigung glaube ich, das ist richtig. Das ist ein richtig, klartes Verfahren, das dann vielleicht sogar in den Strafverfahren münden könnte. Das ist theoretisch schon möglich. Und den Antrag haben die gestellt, die AfD. Da hat sich dann wahrscheinlich BSW an ihr Wahlversprechen erinnert, gefühlt und hat gesagt, wenn die das machen, müssen wir es auch machen. Dann haben die quasi den selben Antrag, nahezu den selben Antrag auch noch gestellt, BSW. Und nachdem die das gemacht hatten, ist dann im Prinzip auch die CDU, SPD-Regierung auf den Trichter gekommen und hat gesagt, naja, wir müssten, das tun wir mal so, als hätten wir auch Interesse, das Ganze aufzuarbeiten und haben jetzt einen Antrag gestellt, Enquete-Kommission. Aber im Landtag letzter Woche wurde nur der Antrag der AfD diskutiert, quasi, oder vorgestellt, beschlossen und der von der BSW. Und warum die anderen nicht? Weil das irgendwann im weiteren Verfahren kommt. Macht natürlich keinen Sinn mehr, weil wir ja jetzt schon einen Untersuchungsanschluss haben. Der ist ja viel weitergehender und viel härter. Also, das Kuriose war diesmal bloß dabei, das ist eigentlich absurd, dass der Antrag der AfD, das ist ein sogenanntes Minderheitsrecht, das brauchte bloß 24 Stimmen. 20 Prozent des Landtages. Was sie ja selbst hätten. Die sind ja, die haben ja 40 Stimmen, also die haben ja quasi fast, die haben ein Drittel genau. Und insofern, da kam es gar nicht mehr drauf an. Das war also eine Formale. Die haben das hingestellt und haben gesagt, so, wir möchten das. Und dann passierte das aus meiner Sicht, man kann das als ungeheuerlich betrachten, oder man kann auch sagen, da ist endlich mal was passiert. Da haben von, ich glaube, 15 BSW-Landtagsmitgliedern, haben, glaube ich, 12 dafür gestimmt. Also, die BSW, Sarah Wagenknecht, hat gestimmt mit der AfD. Was eher kontraproduktiv für die Sondierungsgespräche ist. Genau. Und das Verrückte ist, die hatten ja einen eigenen Antrag, der wahrscheinlich abgelehnt worden wäre. Das war zum Zeitpunkt der Abstimmung, AfD-Antrag schon klar. Und jetzt haben die, und das ist eigentlich der eigentliche Affront, die haben also dem Antrag der AfD zugestimmt, und da ist das Thema, sag ich mal, Brandmauer, also die halten sich offensichtlich nicht dran. Und das Zweite, es war gar nicht notwendig. Also, die haben auf eine ganz tiefgehende Art und Weise eigentlich die jetzige Regierung brüskiert. SPD, CDU. Könnte man jetzt als Machtspieler sehen. Alle fragen sich, warum sie es gemacht haben. Ich sage mal so, aus Sicht der SPD, dass sie dann die Sondierungsgespräche abgebrochen haben, verstehe ich das. Weil das ist ja eine Brüskierung. Das ist so, als wenn ich sage, ich zeige dich jetzt beim Staatsanwalt an und dann, wenn die Anzeige durch ist, dann verloben wir uns. Dann reden wir weiter. Das ist völlig absurd. Also, die haben die richtig eigentlich vor's Knie getreten und dann sagen, so, jetzt reden wir munter weiter. Und dann sind sie überrascht, dass die SPD aus meiner Sicht moralisch betrachtet völlig zu Recht gesagt hat, mit euch wird das sowieso nichts. Wir hören erst mal auf zu reden. Schlimmer ist eigentlich noch, dass jetzt 48 Stunden vergangen sind und dann sagt die SPD, ach, war gar nicht so schlimm. Wir reden doch miteinander. Ja, aber irgendwie muss es ja auch weitergehen und bis 7.11. müssen wohl die Ergebnisse auch stehen. Aber es ist doch eigentlich absurd, was hier passiert, dass man wirklich offensichtlich, es ist eigentlich unglaublich, wie weit sich ja die CDU, aber insbesondere die SPD, sagen wir mal, erniedrigen lässt von BSW. Und zwei Dinge scheinen mir noch bemerkenswert. Also, ich habe dort auch eine Rede halten dürfen, zwei Minuten diesmal, habe ich dann zum Schluss gesprochen und die einzige Rede, die mir so ein bisschen zu Herzen ging, die mich auch berührt hat, war eigentlich von der Frau Kollegin Vogt von BSW. Die hat zum Thema Corona eine Rede gehalten. Das war so richtig empathisch, so wie das die Leute eigentlich sehen. So, dieses eigentlich, dieses tiefgesellschaftliche Problem hat sie angesprochen. Alle anderen Reden waren aus meiner Sicht, habe ich auch so gesagt, das war reine Parteipolitik. Und die hat das angesprochen, dann eben mit für den AfD-Antrag gestellt, was natürlich gnadenlos die CDU und die SPD riskiert hat. Aber offensichtlich ist das alles wieder vergessen. Jetzt reden sie wieder miteinander. Aber es ist schon absurd und zur Sache selber muss man ja sagen, es ist ja sowieso absurd, dass eigentlich die CDU, SPD mit der BSW gemeinsame Sache machen wollen. Ob das dazu kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die Sarah Wagenknecht, die wird das verhindern. Es gibt ja diesen alten Spruch da von Walter Ulbricht war es, glaube ich. Der hat ja immer gesagt, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen die Kontrolle behalten. Und ich glaube, das hier genauso, die Wagenknecht lässt die alle ein bisschen reden, 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 reden. Und dann sagt die, geht nicht, geht nicht, geht nicht, weil die will weder in Thüringen noch in Sachsen in der Regierungsbeteiligung. Weil Regierungsbeteiligung bedeutet, du wirst erzaubert, weil du Kompromisse machen musst. Und da geht es ja zum Schluss eigentlich bloß um die Bundestagswahl. Aber was hier in Sachsen passiert ist, das ist schon grotesk. Wenn das aber so wäre, würde es ja sowohl in Thüringen als auch in Sachsen dann keine Mehrheitsregierung geben. Ich glaube, also die BSW, übrigens, das muss ich auch mal ganz klar sagen, die BSW, die immer hingestellt wird von vielen so als Altkommunisten, das sind nicht alles Stalinisten. Da sind vielleicht welche dabei, die so Funktionärstypen sind, aber ich denke, viele von denen, die wollen schlicht auch Plusveränderungen. Und die sind eher linksorientiert, deswegen machen sie bei BSW mit. Also dieses immer pauschalisieren, Schubladendenken, passt dort nicht. Da sind auch viele vernünftige Menschen sicher dabei. Aber aus Sicht der CDU ist ja grotesk, was hier passiert. Komischerweise wird das in den Medien gar nicht so auf den Punkt gebracht. Ich versuche es mal hier, deswegen sind wir ja da. Es passiert ja Folgendes. Die CDU weigert sich, mit der AfD was zu machen. Sprich nicht mal mit denen, obwohl das mittlerweile ja von den CDU-Mitgliedern gefordert wird. Da gibt es ja eine richtige Bewegung. Sprich bitte jetzt mal mit der AfD. Koalition ist was anderes. Da sagen die, nein, das dürfen wir nicht. Da gibt es eine Beschlusslage, ich sage mal Brandmauer. Und es gibt ja einen gleichen Beschluss eigentlich gegenüber den Linken. Da gibt es ja auch diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Und weil die mit den Linken nicht dürfen, reden dürfen, da reden sie jetzt mit denen, die links von Linken sind. Also die BSW sind ja noch linker als die Linken eigentlich. Aber mit denen reden sie wieder. Das ist genau genommen, ist das grotesk. Also es werden hier alle grundsätzlichen Strategien, moralischen Dinge über Bord geworfen. Einfach um, möglichst ohne AfD, eine Regierung zusammen zu schustern. Und das ist deshalb eigentlich schlimm, weil eben die Wahlergebnisse, wenn man die mal nimmt, 80%, 60% der Sachsen wollen eigentlich eine konservative Regierung. Ich habe, am Freitag war ich gerade im Rahmen der Freien Wähler unterwegs. Da hat jemand eine Karte, das war interessant. Und da hat man nochmal die Direktkandidaten auch gesehen. Und da ist es eigentlich so, in Sachsen ist eigentlich die gesamte sächsische Karte, zu 80% ist die blau, zu 15% ist die schwarz. Es gibt mittendrin einen großen orangen Fleck, das bin ich, oder wir als Freie Wähler. Und dann gibt es noch die Oberzentren, die sind drunter. Das heißt, wenn es nur über die Direktkandidaten ginge, dann hätten wir ein Parlament, wenn ich, sage ich mal, die AfD, CDU und die Freien Wähler so dem bürgerlichen Spektrum zurechne, dann hätten wir ein Parlament, das bestünde zu 96% aus bürgerlich-konservativen Kräften. Und jetzt haben wir es eigentlich so, dass die Bevölkerung, wenn man eben die summiert, zwei Drittel, drei Drittel, zwei Drittel, 70% eigentlich eine bürgerlich-konservative Regierung haben wollen. Und im Zweifel bekommen wir eine Regierung, die ist noch linker als die letzte Regierung. Und da werden sich die Wähler spätestens bei der nächsten Wahl auch fragen, warum soll ich noch CDU wählen. Und der sicherlich auch in Richtung Bundestag nächstes Jahr dann. Genau, das ist politisch jetzt, unabhängig jetzt von den Personen, es geht immer um Menschen, die dahinterstehen. Das sind nicht alles Kommunisten und das sind ja auch nicht alles irgendwelche Nazis. Ganz nüchtern betrachtet ist es schon grotesk, was hier passiert. Und das Ganze hat natürlich durch die Aktion vom Freitag nochmal so ein bisschen eigentlich die Krönung erfahren, weil die sind riskiert worden und gedemütigt worden, die CDU und die SPD in einer Art und Weise. Das gab es noch nie, aber offensichtlich eben. Führt aber vielleicht zu kontroversen Diskussionen in Zukunft. Eben. Insofern sehe ich eine Chance drin. Die waren wirklich mal, da war der BSW wirklich ehrlich und hat gesagt, nein, das ziehen wir jetzt durch. Ob die sich bewusst waren oder vielleicht war es auch alles nur Schauspiel, kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber dass die SPD ehrlich verletzt war, kann ich mir vorstellen, weil das ist wirklich wie, ich zeige dich bei der Staatsanwaltschaft an. Und danach verloben wir uns. Und jetzt danach verloben wir uns. Fantastisch. Es ist schon absurd. Jetzt gibt es wohl eine Initiative aus der Region gegen eine BSW-Regierungsbeteiligung. Wozu? Das hatten Sie ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Sie auch gar keine Beteiligung wollen. Deswegen, das resultiert einfach daraus, dass eben sicher die ganzen CDU-Mitglieder, die sind ja per se bürgerlich-konservativ. Und die wollen genau das nicht, was ich gerade beschrieben habe. Die sagen, jetzt kann das nicht sein, das ist doch absurd, dass ihr eigentlich als bürgerlich-konservative Regierung oder Partei, dass wir mit den anderen Konservativen nicht reden, aber mit den Linkslinken reden wir. Und im Zweifel kommt hier eine Regierung raus, die ist schwarz-rot-rot. Und die repräsentieren ja, ich weiß nicht, zu wie viel Prozent dann eigentlich noch das, was die Bevölkerung will. Und da gibt es eben Bestrebungen dort, wenn ich es richtig weiß, soll ja dort quasi jetzt über eine Art Basisentscheid, weil der CDU dann überhaupt nochmal abgestimmt werden, ob man das, was jetzt dort in Dresden konfiguriert wird als Regierung, ob man das will. Ich denke mal, wenn man, der Landesvorstand, da ist natürlich, das sind ja Politprofis, die alle auch ein Amt haben wollen, die würden das schon tolerieren, dass das mit BSW weitergeht. Ich glaube, wenn das auf der Basis der CDU-Mitglieder hier abgestimmt werden würde, ich glaube nicht, dass die Mehrheit dort die BSW-Beteiligung in der Regierung tolerieren würde. Und dann bleibt es ja, muss man auch sagen, dann bleibt es eigentlich bloß noch die Chance der Minderheitsregierung. Nun muss ich sagen, warum nicht in 90 Prozent der Kommunalparlamente, jeder Bürgermeister, ich muss das auch, du musst dir zum Schluss deine Mehrheiten suchen. Das heißt, du musst die Leute überzeugen von deinen Ideen. Mit den kontroversen Diskussionen. Genau, und ich denke, da ist auch die Politik ein bisschen selbstverliebt oder vielleicht auch ein bisschen selbstherrlich. Die wollen immer Mehrheiten haben, wo sie sich dann hinstellen, sagen so, Opposition, jetzt hast du deine drei Minuten, erzähl mal, was du hier loswerden willst, interessiert mich eh nicht, weil wir sind die Mehrheit, wir machen, was wir wollen. Und diese Art von Politik, die hat uns ja in den letzten Jahrzehnten dorthin gebracht, wo wir sind. Und insofern war das sicher ein Landtag letzte Woche mit besonderen Noten. Das wird es so schnell nicht wieder geben. Das war was Besonderes. Es muss auf jeden Fall aber eine Lösung gefunden werden, weil gerade auch was die Haushaltslage angeht, da hängen ja auch viele Institutionen, Vereine, alle, also jeder auch dran, die Kommunen. Und wenn sich das nicht findet, wie soll es da weitergehen dann im nächsten Jahr? Sollte ein Haushalt vielleicht erst im September oder Mitte des Jahres stehen? Das ist also genau genommen wirtschaftlich, das hatte ich ja auch als Bürgermeister mehrfach hier gesagt, wirtschaftlich ist das alles eine Katastrophe. Also es gibt wohl Untersuchungen jetzt auf Landesebene, seitens der Staatsregierung, alleine für die Pflichtaufgaben, also das was zwingend ist, was quasi schon mit Verträgen untersetzt ist, was vorgegeben ist durch das Gesetz, dort fehlen, glaube ich, fehlt eine halbe Milliarde. So, also egal wer hier eine Regierung bildet, also noch irgendwie Spaßprogramme obendrauf, das kannst du vergessen, hier ist kein Geld da. Und dann wird es um das Thema sicher gehen, Generationenfonds. Da gibt es ja diese Rücklagen für die Beamtenpension, das wird sicher in der Diskussion jetzt wieder aufgemacht. Und dann geht es natürlich um das beliebte Thema Schuldenbremse. Und da muss ja in Sachsen, anders als auf Bundesebene eben, hat man ja schon mal, müsste dann die Verfassung geändert werden. Und das heißt, die bräuchten mehr als zwei Drittel im Landtag, müssten dafür stimmen, dass die Verfassung und damit geändert wird und damit die Schuldenbremse wieder aufgemacht wird. Und da bräuchte man auch meine Stimme. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie die AfD-Leute abstimmen, beziehungsweise wie die CDU-Leute abstimmen. Ich gehe aber davon aus, dass es auf meine einzelne Stimme nie ankommen wird, weil die Schuldenbremse wird übrigens zu 70 Prozent von der Bevölkerung eigentlich befürwortet. Die wollen nicht, dass noch mehr Schulden hier gemacht werden. Und das Zweite ist, das werden sicher auch viele bei der CDU so sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle bei der CDU jetzt leichtfertig dafür stimmen, dass wir ja noch mehr Geld verbraten. Und meine persönliche Meinung ist dazu, es gibt auch sinnvolle Kredite, gar keine Frage. Jeder, der ein Haus gebaut hat, weiß das. Aber dann eben nur für wirkliche Investments. Und selbst wir als Kommunen, uns ist ja immer vorgeschrieben worden, Fördermittel, konsumtiv, investiv, da gab es klare Quoten. Ich weiß nicht, warum der Staat sich das so leicht macht. Hier werden Schulden gemacht in Größenordnung und die Verwaltung explodiert. Die Größenordnung hat man oft diskutiert. Von mir aus Geld verwenden, ja, für investive Dinge, aber das muss dann im Detail besprochen werden. Vorher müssen ganz viele Hausaufgaben gemacht werden. Sonst wäre ich persönlich voll dagegen. Und was mir auch noch einfällt zum Thema Corona, das hatte ich vorhin vergessen, ich habe natürlich meine zwei Minuten bekommen. Und ich habe dort nochmal klar gesagt, dass ich es aus meiner Sicht eigentlich für peinlich halte, dass erst die AfD einen Antrag stellen muss auf Untersuchung, damit dann BSW sich erinnert fühlt an ihr Wahlversprechen. Und dann kommt die Regierung um die Ecke, um sich nicht den Vorwurf gefallen zu lassen, naja, wir haben ja auch ein Interesse, wir arbeiten das auf. Und ich habe dann gesagt, es wäre besser gewesen, die Regierung wäre in Vorleistung gegangen. Und wissen Sie warum? Warum? Weil ich glaube, dort hätte man mal zwischen Untersuchungsausschuss und Enquete-Kommission vielleicht mal ein anderes Format gefunden. Und dann hätte man sich, wie dieser Bürger das von uns möchte, mal alle an einen Tisch gesetzt. Denn es steht doch nicht im Vordergrund, dass wir jemanden einsperren wollen. Nein, es geht vor allem um den Umgang in der Zukunft. Es geht eigentlich darum, was können wir beim nächsten Mal, was es hoffentlich nicht geben wird, aber irgendwann wird es das geben, besser machen könnten. Und wenn jetzt jemand quasi sich vor einer Strafe bedroht fühlt, der wird im Zweifel dort nicht mitarbeiten. Glauben Sie, dass Frau Köpping jetzt sagt, okay, so und so und so und so und so. Sie wird wie jeder Angeklagte von seinem Aussageverweigerungsrecht gebraucht machen, wird blockieren ihre Leute mit. Vermutlich zu Recht in so einem Fall. Genau, also ich glaube, das bringt uns inhaltlich nicht weiter. Und ich hätte mir gewünscht, ganz breit das anzulegen. Und es gibt ja auch viele gesellschaftliche Gruppen, die ja aus meiner Sicht ihrer Rolle nicht gerecht geworden sind. Ich sage mal Kirche zum Beispiel, die damals bei der Wende eine sehr vermittelnde Rolle gespielt hat. Ich habe die Kirche als, denke ich, schon eine wesentliche Gruppe nicht als Vermittler wahrgenommen in der Krise, sondern eher so fast staatstragend. Und dort wäre mal eine Chance gewesen unter dem Label Versöhnung, Aufarbeitung, das zu machen. Jetzt haben wir eben Untersuchungsausschuss. Klingt eher aggressiver als Versöhnung. Ja, und die Grundlage von allem wäre Verständnis gewesen. Und das ist nicht gelungen. Aber da muss ich wirklich auch die Regierung fragen lassen, warum habt ihr das nicht gemacht? Und das hat mich geärgert. Das war meine Forderung, aber alles gut. Sie haben Ihre Zeit als Bürgermeister, Oberbürgermeister angesprochen. Jetzt gab es den ersten Stadtrat, ohne Sie jetzt zum Ende dieser Sprechstunde vielleicht noch mal darauf zu sprechen zu kommen. Da gab es einen Zeitungsartikel, das ist quasi, ich würde es jetzt mal runterbrechen, erstmals wieder gut läuft in der Verwaltung. Wie stehen Sie dazu? Es ist so, die Frau Kapitsch hatte mich angerufen, da ging es um die Mehrzweckhalle. Und ich habe ihr dann ausdrücklich empfohlen, dort einen Ältestenrat zu machen, weil da geht es eben doch um viel Geld. Ich habe da eine klare Meinung, die Chance für so eine Mehrzweckhalle, die kommt nie wieder. Und es wäre fatal. Oder jeder, der jetzt anfängt hier, ja vielleicht, und da müsste man, und da können wir doch mal untersuchen, und können wir nicht doch die GGI-Halle, um es klar zu sagen, ich wiederhole das gerne, habe es schon oft gesagt, alle, die jetzt quasi die Halle kaputtreden, die neue, die müssen bitte auch 28 dann den Bürgerinnen und Bürgern von Grimma erklären, warum es in Grimma gar keine Halle mehr geben wird. Weil es weiß niemand, was im Jahr 2028 die GGI-Halle bezüglich Rekonstruktion, Kaufpreis, Kosten wird. Und deshalb ist Neubau aus meiner Sicht alternativlos. Ich kann bloß dafür werben, da vorwärts zu gehen. Mit den geliebten investiven Fördern mit hin. Ja, da stehen ja, ich glaube, 9 Millionen im Raum. Und jetzt, selbst wenn es mehr werden würde, die Halle wäre mir das wert. Und das war ja in Grimma immer unser Stil. Ich sage mal, Oberschule Böhlen und andere Dinge, die wir gemacht haben. Wir sind progressiv nach vorne gegangen und haben nicht immer so, ja, was könnte sein, und da wollen wir noch ein Gutachten. Das ist eigentlich bloß, ja, Gutachten heißt eigentlich immer Angst vor der Tat oder Angst vor der Entscheidung. Ich würde dafür werben. Und was da, weiß nicht, was da CDU gesagt hat, oder die Frau Könitz, wissen Sie, Frau Könitz, die ist, ich glaube, so unzufrieden mit dem Leben und so verbittert, das lässt die ab und zu mal raus, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was mir eher Sorgen macht, ist, dass so diese, offensichtlich die Linken mit der CDU in diese alten Verhaltensmuster, so wir sind Opposition und wir sind dagegen und nein, das würde der Stadt insgesamt nicht gut tun. Ich denke, wir haben immer vernünftig miteinander gearbeitet, anders als im Landtag, wo es eben um Parteipolitik geht. Und das würde ich mir für die Stadt auch in Zukunft wünschen. Ansonsten, ja, das muss jeder mit sich selber ausmachen, ob man einfach mal so ein bisschen Gift spritzt. Alles gut. Was steht jetzt die nächsten Wochen im Landtag in Ihrer Arbeit an, bis zu unserer nächsten Sprechstunde von Inside Parlament? Also, es ist, zurzeit ist es noch ein Fulltime-Job. Ich glaube, als ich war mittlerweile, vielleicht vor 14 Tagen, das erste Mal, war ich in diesem Büro dort, wo die ganzen Office-Boxen sind, da habe ich wirklich mein Fach aufgeschlossen und da ergoss ich einen Schwall, ich hätte eine welche Kurve gebraucht. An Bürokratie. An Schreiben, weil jetzt schreibt mich, das ist ja auch nett und ruft mich, sämtliche Verbände dieser Welt, das hat nichts mit mir zu tun, sondern die schreiben sich ja alle Landtagsabgeordneten an. Also, das geht von Busverbindungen, vom Flug, von der Flughafen hier, vom Direktion. Fluglärm ist ein wichtiges Thema. Also, ich habe wirklich da gesessen, habe hier Couvert geöffnet in Größenordnung, dann hatte ich ganz viele Anrufe, auch interessante Anrufe. Ich habe heute früh gerade wieder einen Termin gemacht, da geht es um den Wirtschaftsverbund. Und das resultiert hier daraus, das ist ganz witzig, dass natürlich die Wirtschaft, ich bin für die Wirtschaft als freier Wähler, der dem bürgerlichen Verlager zugeordnet wird, ein Ansprechpartner. Die würden sich im Zweifel wahrscheinlich nie an die Linken wenden oder an den BSW. Und die anderen sind mehr oder weniger in der Regierung. Und ich bin für die, sage ich mal, wahrscheinlich der einzige offene, bürgerliche Kandidat. So haben die mir das erklärt und da haben mich einige angesprochen. Da hatte ich gestern gerade ein langes Telefonat, die wollen gerne, dass ich die Rede halte bei so einer großen Wirtschaftsveranstaltung. Und dann heute früh nochmal, da läuft viel, eigentlich, ja, ist interessant. Problem ist wirklich, dass ich, muss sagen, vielen Dank nochmal an meine Sekretärin, die das letzten Jahr super gemacht haben. Ich habe den Wert einer Sekretärin, der war mir immer bewusst. Aber jetzt umso mehr. Umso mehr, weil das Telefon klingelt und dann machst du Termine und dann musst du wieder da und dort. Also ich fitze mich gerade rein, aber demnächst wird das Team stehen und dann wird das anders und ich werde dann durch die Gegend fahren und dort, dort, dort. Und dann natürlich kommunale Ebene. Mich haben auch viele Bürgermeisterkollegen angerufen. Das könnte jetzt das Bindeglied auch sein zum Landtag. Ja, sehe ich mich auch so. Was die anderen Abgeordneten natürlich auch sind, aber sie haben ja in ihrer Funktion durchaus andere Erfahrungen dahingehend auch. Ich sage mal, zwei Drittel der 418 Bürgermeister kenne ich ja persönlich. Und da hoffen viele natürlich, dass da auch kommunalpolitisch was passiert. Da sind wir auch ganz gut im Gespräch. Also ja, das sind so die Schwerpunkte eigentlich so. Dieses Kommunale ist ein Schwerpunkt. Also ich kann mich nicht beklagen. Also es sind ganz viele Leute, die da Interesse angemeldet haben. Ihnen ist es jetzt nicht langweilig geworden nach dem Übergang vom Oberbürgermeister von 24-7 auf jetzt? Na ja, sagen wir mal so, früher war das so, da war das, da hattest natürlich das Sekretariat, die haben ja diese Dinge abgenommen. Und trotzdem hatte ich so, tak, 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 tak. Bin immer so eine halbe Stunde meiner Zeit hinterher gelaufen. Jetzt ist es so, jetzt habe ich diesen ganzen Bürokram an der Backe, noch hoffentlich wird das besser. Und dann habe ich eben am Tag drei, vier komplexere Dinge, wo ich mal dahin fahre und dort hin weiter wegfahre. Das ist ein bisschen anders geworden und da lebe ich mich gerade so ein bisschen rein. Veränderung kann ja auch gut sein. Ja, es ist nicht weniger spannend. Was ich mir eben wünschen würde, dass das einfach mal, dass diese Veränderung, die wir hier an der Basis, egal wo die hinkommen ist, die Leute lächzen ja nach Veränderung. Das ist im Parlament noch lange nicht angekommen. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat vom Finanzminister Lindner, vor wenigen Tagen ging der herum, als er da in New York war, in Washington. Und auf die Frage nach der Schuldenbremse gesagt hat, er sieht das überhaupt nicht kritisch, weil er geht davon aus, dass er noch mindestens eine Legislaturperiode im Amt bleibt. Weil er will wirklich, das ist ziemlich übertlich, er will nicht, dass andere das kaputt machen, was er jetzt mit der Ampelregierung aufgebaut hat. Und wenn man das sieht, da habe ich gesagt, das ist KI. Ich habe das dann extra kontrolliert bei YouTube. Das gibt es wirklich. Also die scheinen ja wirklich zu glauben, dass sie das Land in den letzten Jahren hier nach vorne gebracht haben. Und das ist auf Landesebene, denke ich mal, ähnlich. Wobei, ich glaube, die sind realistischer. Dort ist es einfach so, dass die nicht wissen, wie sie aus dem ganzen Schlamasselhaus kommen sollen. Und da sind eigentlich alle gefragt, jetzt konstruktiv mitzuarbeiten. Aber dieses Gegeneinander scheint bis jetzt immer noch so der oberste Maxime zu sein. Und da sehe ich mich, ich habe gesagt, ich rede mit allen. Ich habe auch im Landtag übrigens, letztes Mal, wie beim vorletzten Mal, ich bin der Einzige, der bei allen Redebeiträgen klatscht. Das ist gut. Das sollte man sich beibehalten. Gut, kommt aufs Thema vermutlich drauf an. Genau, weil ich denke, das ist wichtig. Das ist aber, in der Regel ist es so, also spricht der, da klatscht die nicht und das ist es. Schwierig. Blicken wir positiv in die Zukunft und auch in die dritte Ausgabe dieses Formates, Inside Parliament, wo wir Einblicke in die Arbeit im Landtag geben. Vielen Dank dafür. Wir blicken auch gespannt auf Ihre Büroeröffnung hier in Grimma. Da wird sicherlich einiges zu tun sein und viel Erfolg auch bei Ihrer Teamzusammenstellung. Recht, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.